In diesem Video erklären wir dir, was es mit Modalverben in Englisch auf sich hat. Du erfährst mit vielen Tipps und Beispielen, wie du sie richtig verwendest. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Modalverben oder auch Modalverbs sind kleine Verben, die einen großen Bedeutungsunterschied ausmachen können. Mit ihnen kannst du Fähigkeiten, Verpflichtungen, Möglichkeiten, Vorschläge, Ratschläge, höfliche Bitten und Fragen ausdrücken. Die häufigsten Modalverbs in Englisch sind can, could, must, may, might, shall, should und will, would. Modalverben bezeichnest du auch als Hilfsverben, weil sie immer zusammen mit einem anderen Verb auftauchen. Außerdem helfen sie dir, die Bedeutung des Vollverbs genauer zu formulieren. Dabei stehen modale Hilfsverben in Englisch immer vor allen anderen Verben. Denn nur so kannst du die Möglichkeit, Verpflichtung oder Erlaubnis der Handlung, die vom Vollverb beschrieben wird, genauer bestimmen. Schau dir in diesem Beispielsatz an, wie schnell sich die Bedeutung verändert, wenn du das Modalverb austauschst. Setzt du das Modalverb can ein, bedeutet der Satz so viel wie Tim kann heute mit seinen Freunden Fußball spielen. Verwendest du anstelle von can jedoch must, heißt der Satz plötzlich Tim muss heute mit seinen Freunden Fußball spielen. Ersetzt du must durch das Modalverb may, sagst du damit, Tim darf mit seinen Freunden Fußball spielen. Irre, was so ein kleines Wort alles verändern kann. Oder? Wie du an den Beispielen erkennen kannst, steht das Verb nach dem Modalverb immer im Infinitiv, also in der Grundform. Und auch das he, she, it, as, das du aus dem Simple Present kennst, entfällt bei allen englischen Modalverben. Dann lass uns jetzt einen Blick auf die Ersatzformen der englischen Modalverben werfen. Aber warum gibt es denn überhaupt alternative Formen für Modalverben? Das ist schnell erklärt. Denn must, may und can kannst du in Englisch nur in der Gegenwart verwenden. Wenn du nun eine Verpflichtung, Erlaubnis oder Fähigkeit in der Vergangenheit ausdrücken möchtest, verwendest du dafür einfach die Ersatzformen have to, to be allowed to und to be able to. Auch wenn die Ausdrücke etwas länger sind, gehst du mit ihnen wie mit allen anderen Modalverben um. Have to bedeutet das gleiche wie must, also müssen. Ein Satz in der Vergangenheit könnte damit so aussehen. Yesterday I had to go to the doctor. Die Ersatzform to be allowed to steht für etwas tun dürfen oder die Erlaubnis haben, etwas zu tun. Du kannst es also anstelle von may oder auch can verwenden. Wie zum Beispiel in My friends weren't allowed to come to my party last night. Die dritte und letzte Ersatzform heißt to be able to. Du drückst damit eine Fähigkeit aus, also dass jemand in der Lage ist, etwas zu tun. Das Beispiel zeigt dir, wie du so die Modalverben can und could im Handumdrehen ersetzen kannst. When I was five years old, I was able to ride a bike. Das Gute daran ist, dass du diese Ersatzformen sogar an allen Zeitformen benutzen kannst. Fast geschafft! Es gibt noch zwei weitere Besonderheiten bei der Verwendung von modal verbs, die du unbedingt beachten musst. Bei der Verneinung von must gibt es eine kleine Übersetzungsfalle. Denke daran, dass must zwar müssen heißt, die verneinte Form mustend bedeutet allerdings nicht etwa nicht müssen, sondern nicht dürfen. Nicht müssen drückst du in Englisch nämlich mit needend aus. Du kannst modal verbs natürlich auch in Passivsätzen verwenden. Dabei ändert sich jedoch die Bildung der Passive Voice ein wenig. An allererster Stelle schreibst du hier nämlich das Modalverb, anschließend die Grundform von be und zum Schluss noch das Hauptverb im Past Participle. Das sieht dann zum Beispiel so aus. The cat must be fed every day. Super! Du hast es geschafft! Jetzt weißt du bestens Bescheid, wie du mit modal verbs aller Art umgehen musst. Modalverben kannst du also auch in Passivsätzen verwenden. Was bei der Bildung des Passivs außerdem wichtig ist, erfährst du in unserem Video zur Passive Voice. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App. ?! Wam haben wir? Wie fühh euch,